Was bin ich mal durch? Muss man ein Lost Place Video machen? Alter! Eis! Geht's Eis! Und wann ist denn das hier? D-Mark, guck mal, 4 D-Mark. 97. Wird klar? Mhm. Soll ich das hier mal aus? Für Wetten. Der ist ja wirklich noch alt. Guck mal. Kannst du das hier gewitzen? Ja. Scheiße. Alles in Ordnung. So, darf ich mal ganz kurz? Bitte. Das Papier bringt gleich. Geht nicht. Ich häng hier irgendwie fest. Mich hält man fest. Mich hält man fest. Mich hält man fest. Ich muss mal ein Lost Place Video machen. Ich muss mal ein Lost Place Video machen. Ja. Draußen sind welche. Wir gucken mal gleich, ja? Aber das interessiert uns jetzt nicht. Was ist denn die denn? Wodka? Nee, Bruder. Wo ist es denn? Gastraktin. Gastraktin. Du musst was mit Darm sehen. Ist aber aus der DDR noch. Richtig alt. Aber ist doch geil. Guck mal. Überleg mal, wir haben 2016. Das sind so weit noch nicht. Echt haben wir 2016? Ja. Hast du Silvester verpasst? Ja, 17. DDR. Das ist auch DDR. Der Jezu ja noch. Ist ja abgefahren. Na klar. PCS-Qualität. Das ist cool. Aber obwohl die Heizkörper, habe ich neu jetzt, ja? Ich muss es schnell machen. Moin. Hi. Äh. Ja? Sagen Sie, Sie sind die Hausmeisterin, dann sind wir weg. Nee, wir sind nicht die Hausmeisterin. Ja. Na, was denn sonst? Ja, ja. Schon okay. Tschau. Komm. Stefan, wo ist denn Stefan? Stefan! Wo ist denn hier? Wo ist Stefan? Wo ist da hin? Ist der Hausmeisterin? Ich weiß das nicht, Mann. Ich habe keine Angst. Wenn du wissen willst, wo er ist. Stefan? Stefan? Wo ist der denn? Ich höre doch was hämmern hier. Wo ist das? Ich höre doch bitte. Wieder. Wo ist der? Komm. Was ist das? Wie ist das denn hier? Stefan? Stefan? Das ist krass, ey. What the fuck? Ist das ein Assertif, Alter? Ist das ein Assertif, Alter? Schau mal, hast du mir eine Tasse? Sag mal, bist du jetzt... Der war nicht schlecht. Ich muss doch mal gucken, was hier los ist. Der hat mich gerade gefühlt und der war ja in der Meinung für mehr und nicht richtig. Wir konnten ihn überzeugen. Alter, was hier alles noch? Nein, nicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist eine Heizung. Wir wissen, was du mal an. Das ist nicht richtig. Ja, das ist doch eine Rolle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dieser Gebäudekomplex ist riesengroß, das wird ein langes Video. So ein Fernseher hatte ich früher mal. Was ist das für ein Zeug? Ist doch noch voll. Desinfektionsmittel. Made in GDR. Das war's. Das war's. Wie sieht der da, was ihr da arbeitet? Was war hier noch? Jeder von diesen Superpower-Sendern hier. Der war aber nett oder was? hallo premium pilsener hier lebt der osten noch das ist auf jeden fall ein ostschrank hier auf jeden fall manchen hier alt was haben wir denn hier die prinzen teleprisma fernsehprogramm 1996 und noch zeit wo geht auch tournee vier ost hier manche bäude manche türen sind zu mal hier halt das ist aus einem verbandspäckchen das ist so ein ding halt das sind die richtung fröhren für mein aquarium und noch ausrahm ostraum ist der röhrer ist schon hoch näher röhrer aber das sind nicht die großen hier macht ihr denn hier schöner glasschrank hier der so macht zu glück hat es zugemacht badler brandenburg und kartoffelschäler mehrere das finde ich schon ein bisschen krass so gehen wir hoch wir gehen hoch hier lag jetzt erst viel wäsche und so riesig nimmst du? ja nimmst du? und wackelst du? wackeln hier schöne bilder nein bilder ach wie soll die Toilette ey schon wieder Toiletten? ups nicht so laut hier hmm jee verdammte scheiße man da ist sogar noch klopapier mit dabei und hier auch hier riecht das ein das gibt es nicht das ist noch das jute ost klopapier äh äh guck mal her und das ist warum das denn cool finde? weil äh du hast hier wirklich noch die Toiletten mit den Klobrillen äh äh mit den Klobürsten daneben wenn oder mit dem das ist doch schon ziemlich cool oder nicht? na klar nach ich weiß nicht wie viele Jahre nach 25 Jahren das ist hier immer noch genau wie vor 25 Jahren mehr oder weniger genau eben cool na hier geht's raus genau na ich glaube das ist ein richtiger cooler lost face und das sind jetzt so einzelne klingeln rum ich meine da auch noch nicht fällt mir da rein guck mal ey alles noch da ist ja unglaublich guck mal guck mal in den unten in den Schall in die Buller Tottel ja uns davor sag ich mal was ist denn los mit denen was ist denn los man das ist so ein lost place da kann man doch nicht einfach irgendwie ins bit die super die hat sich jemand drin gezogen so dann lassen wir mal die seite offen hier jetzt naja und fenster kaputt und trotzdem warum ja es ist warm licht nicht noch nie wahrscheinlich super von 96 10 96 da war die welt noch in ordnung nicht nicht randalieren, ja, das kann man nicht nähen. So, jetzt geht es mal nicht los, weil hier die Beste lagern. Ja. Okay, noch die Mütle-Alten. Schau mal hier, die Lager vom Feinstemp. Seps, ey Leute, jetzt ohne Witz, Sepsu. So, davon muss ich ein Foto machen, weil Sepsu ist krass. Vor Sepsu hatte jedes Kind im Osten Angst. Weil das war Jod und Alkohol. Und wenn du eine Wunde hattest, hast du Sepsu aufgekriegt. Und das hat hier brannt wie Teufel. Und Sepsu war unbeliebt. Das ist hier eindeutig die Wäschekammer. Und Verbandzeug. Genau. Augenklappen. So, wenn ich jetzt meine Kamera nicht beiehe, dann hab ich. Weil Sepsu muss ich fotografieren. Kommt in die Minute. VED, Berlin, Chemie. Ne. Anal... Anal-Tampon. Naja, irgendwie sowas. Wenn du was am Auge hast. Das ist schon wieder mein Handypap. Aber wie im Klopapier... Da fallen schon die Tapeten von der Wände. Was war das? Gibt was ihr hört? Klopapier. Da fallen schon die Tapeten von der Wände. Und der Boden, der ist hier auch nicht mehr der beste. Der bricht ja schon zusammen. Der ist noch voll. Bohneneintopf mit mageren Schweinefleisch. Mal gucken, wie lange der haltbar ist. Bis zum 28.11.1998. Schon abgelufen. Der liegt hier schon eine Weile. Hat er gekostet. Steht da hoch drauf. Nö. Da muss man aufpassen, was für ein Monster hier auch sein können. Oh, hier ist eine Schwalbe oder sowas. Die sind da drin geflogen und kamen nicht mehr raus. Irgendwo unten durch die offenen Türen vielleicht. Dann ist dann hier durchs ganze Haus geflattert. Und dann ist sie hier drin verendet. Das war ja hier schon mit den Stockwerken. Noch so ein Ding hier. Noch so ein Ding hier. Jetzt geht es doch. Jetzt bin ich auch mal. Jetzt bin ich auch mal. Die älteren Gäste sind auf uns auf. Ich kenne mich. Ich kenne dich. Man schlägt, man schlägt in Gäste. Er ist wirklich richtig zu passa. Damit ich miros. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne dich hier. Ich kenne mich. Ich komme mit dem Samed zirn. Ich hoffe, das Lost Place Video gefällt euch. Ich kann sowas öfters machen. Vielleicht auch mal ein ältere Gebäude. Scheint ja hier so 1996 zu sein alt. Aber Echtholzstühle, guck mal, richtig edle Dinger. Ich muss sagen, wenn du mal hier einen Fadenstil brauchst. Das ist so ein Stühl, das wirklich geht. Ich weiß nicht, mein Gott, ja, das machst du dir in Ordnung. Aber ich bin nicht ehrlich, ich will es nicht. Ich bin nicht ehrlich, ich will es nicht. Das ist Nokia. Kein Grundgewür plus Anschluss. Das Nokia, da habe ich irgendwo noch rumliegen im Schubfach. Plus 40 Freiminuten im Monat. 40! 40 Freiminuten. Also, was willst du mehr? Oh, heute haben wir jetzt 20 Sekunden weggesprochen. 600 Minuten. Ich glaube, hier ist irgendwas in der Luft. Hier ist Schimmel in der Luft. Wir müssen hier raus. Als Bestes und Schimmel verarbeitet. So Leute, ab jetzt würde ich sagen, Ziel. Wir sind nicht mehr dran. Das ist nicht schön. Seit 10 Jahren übernach. Das ist genau genug. Seid noch nicht so. So kann ich Ihnen mal vorbeigucken. Die Ohren mal angucken. Soll ich nicht? Ja, genau. Bitte hier. Die Ohren mal angucken. Die Ohren mal angucken. Untertitelung des ZDF, 2020